Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite Daily Shop News vom 25.09.2019 So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann use gerne im Item Shop den Creator Code sofort und gleich TTV Dann auf annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video Jo, wir schauen in den heutigen Item Shop rein Und da haben wir das Nickerchen Eine neue Lackierung, traumhaft, die Einschlafhilfe-Picke Und den Nachtflieger, habe ich übrigens auch ein Gameplay dazu Mega geil, könnt ihr euch gerne mal angucken Beste Freunde Musik auch neu Damit fangen wir auch jetzt gleich mal an mit Beste Freunde Abspielen und mit deinem besten Kumpel abhängen, Teil des Bunker-Tages-Sets Jo, also finde ich ganz okay, ist jetzt nicht der Oberknaller, aber Für 7 von 10 wird es reichen, für 200 V-Bucks Best Buddies oder Best Buds Und Best Buds hat ja momentan ein Voting von 3,33 von 5 bei 3 Votes Jo, 14 Reminders haben wir jetzt bereits Jetzt muss ich mal ganz kurz den ganzen Kram hier beiseite machen So, da sieht man das Voting Gut Dann haben wir den Sicherschläger, die Batsicle Für 800 V-Bucks, das Teil, kriegt von mir klassische 7 von 10 Und die Batsicle hat hier ein Voting von 3,51 von 5 bei 67 Votes Am 12. November 2017 ist das erstmal drin gewesen 38 mal 79 Reminders, das letzte Mal im Shop von 29 Tagen Dann haben wir den Nacht die Nacht Ja, den fand ich eigentlich bis jetzt immer ganz miserabel Aber irgendwie, seitdem ich jetzt die letzte EES-Folge wieder gesehen habe Also okay, aber der Style hier ist ganz, ganz schrecklich Der Style ist ganz, ganz schrecklich Ich kann mich mit dem Ding jetzt so wirklich anfreunden 5 von 10 für den Night Night Da haben wir ein Voting von 3,86 von 5 bei 59 Votes Am 23. September 2018 Wir sind 10 mal 57 Reminders Ja, und auch vor 57 Tagen das letzte Mal im Shop So, dann haben wir den Kuckuck Pickaboo, genauso grausam das Teil Kriegt von mir auch nur 5 von 10 Auch hier gibt es diesen Style da Schrecklich hässlich Ja, gucken wir mal in die Noten rein Von Pickaboo, der hat 3,57 von 5 Bei 51 Votes am 23. September 2018 Das erste Mal drin gewesen 10 mal 75 Reminders, jetzt mal im Shop vor 57 Tagen Oh mein Gott, dann True Heart Das wahre Herz für 800 V-Bucks Ganz, ganz schrecklich viel Bling Bling Aber schrecklich beliebt 8 von 10 True Heart kriegt von mir ein Voting von 4,49 von 5 bei 80 Votes am 7. Juli 2018 Das erste Mal drin gewesen 18 Mal 177 Reminders Das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen Dann haben wir den Jitterbug Mega cool für 500 V-Bucks das Teil Kriegt von mir ein Voting von 9 von 10 Der Jitterbug Und da haben wir ein Voting von 3,6 von 5 bei 10 Votes am 4. September 2019 Das erste Mal drin gewesen Zweimal Ja, jetzt das zweite Mal Der Jitterbug Dann haben wir hier das Hackordeon für 500 V-Bucks Das Teil ist echt cool Schau mal, immer jemanden mit einem Akkordeon eins über die Birne braten wollen Das Teil kriegt von mir 7 von 10 Das X-Cordion hat hier ein Voting von 3,7 von 5 bei 11 Votes am 28. September 2018 Das erste Mal drin gewesen Vier Mal 10 Reminders Das letzte Mal im Shop Und jetzt haltet euch fest Vor 330 Tagen Und zwar genau am 25. September Nein, Quatsch, das ist ja heute Genau am 30. Oktober 2018 Hammer Dann haben wir das Oktoberfest mal Mega krank Auch darum mit dem Lamaherz Hier Käse, Brezel Oh, da kriege ich jetzt schon wieder Hunger Und hätte auch gerne mal Bock darauf, das Fass anzuschlagen Da haben wir die paar Riesen Die paar Riesen Flagge Für 800 V-Bucks Das Teil kriegt von mir auf jeden Fall ein Voting von 9 von 10 Hier haben wir ein Voting von 4,5 Nee, von 4 von 5 bei 11 Votes Jo, und da gehe ich mal von aus Vier Mal im Shop gewesen Neun Reminders Das ist das auch vor 330 Tagen Wahrscheinlich war das komplette Set damals drin So, da hier auch mit dem Lama-Krug hinten Mega geil Das Teil Die Heidi Unsere Heidi Und international Genießt sie mehr ansehen Als bei uns hier Müsst ihr euch einfach mal ein Ding angucken Da habe ich damals die Streamers Wie sie darauf reagieren Mega geil Ja, ihr kriegt von mir Kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10 Muss ich einfach machen Und unter allem Öi dann später 4,26 von 5 bei 53 Votes Jo, 156 Reminders Und alles andere gleich Und hier ist er der Albe Der Ludwig Und das ist so geil da hinten Das ist so geil Die Kuckucksuhr Mit dem Lama dran Und ich schwöre euch eins Wer jemals Wer jemals versucht hat In einem Zimmer Oder in einer Wohnung Mit einer Kuckucksuhr zu schlafen Und das Ding nicht gewohnt ist Der dreht förmlich am Rad Ganz, 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 ganz Schrecklich ist das So Hier ist der Ludwig Der Ludwig Kriegt von mir auch 9 von 10 Ich finde den geil Er hat hier ein Voting Von 3,26 von 5 Bei 23 Votes Kuckuck Am 28. September 2018 Erstmal drin gewesen Viermal seitdem 17 Reminders Kuckuck Auch vor 330 Tagen Das letzte Mal im Shop So, dann sind wir hier Soweit durch Mit dem ganzen Ding da Warum habe ich eigentlich Keine Mucke an? Verstehe ich überhaupt nicht Also Dann kommen wir hier Zu den neuen Items Hier haben wir die Einschlafhilfe Irgendwie ist mir der Sound weggeflogen Das Teil Oh Ui Da fliegen Sterne Oh Sieht irgendwie krank Psychomäßig aus Psycho passt zu dem Spiel Psycho passt zu mir Für 800 Biwax Das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10 Jawoll Ich gebe sogar 10 von 10 So Hier haben wir ein Voting von 4,6 von 5 Bei 5 Votes Jo Jetzt geht es weiter Dann kommen wir zum Nachtflieger Das Teil ist auch im Gameplay zu sehen Und ich garantiere euch Das Ding ist echt der Oberknaller Also das sieht so crazy schlecht aus Dass es schon wieder mega cool ist Ja Kennt ihr den Effekt So Der Nachtflieger Teil des traumhaften Tagessets Für 800 Biwax Mehr kostet das Ding noch nicht mal Jo Kriegt von mir auch auf jeden Fall 10 von 10 Der Nightflight Und der Nightflight hat hier ein Voting von 4 von 5 Bei 6 Votes 2 Reminders Dann kommen wir zu dieser traumhaften Lackierung Auch die Wunder, Wunder, Wunder Schön Oh In Gold strahlt Es ist das nicht schön Da möchte sich der Gleiche gleich schon schlafen legen Oh Da werde ich richtig Also Mega cool Traumhaft Die Lackierung Auch von mir Zumindest mal 9 von 10 Da haben wir ein Voting von 4,25 von 5 Bei 4 Votes Jo Und jetzt Kommen wir Zu dem womöglich hässlichsten Skin Des ganzen Spiels We proudly present You the Nickersen Here is it The Nickersen Let's have a look at the Nickersen Hier haben wir einen Stern Ich müsste mal auf die Stilvorschau gehen Hier haben wir einen Stern Sogar mit Stirnband 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 Ohne Stirnband Starband Habe ich den tatsächlich im Gameplay dann auch gesehen Und guck mal hier Das ist alles transparent Hier Wäre cool Wenn man auch durchschießen könnte Keine Ahnung Auf jeden Fall Der Teil Crazy 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 So was von Unfassbar hässlich So Unfassbar hässlich Dass ich diesem Teil Wir müssen nochmal ganz kurz Auf das Backpack gehen Das ist allerdings Richtig geil Also wirklich mega cool Gehen wir auch nochmal auf die Stilvorschau Die Stylevorschau Das sieht wirklich cool aus Diesem Teil Ihr mögt es kaum glauben Gebe ich 10 von 10 Ich weiß nicht was mit mir passiert ist Ich habe keine Ahnung Ich bin schon irgendwie im Lummerland So Also Nickerchen 10 von 10 von mir Und da haben wir folgendes Voting Wir haben ein Voting von 4,83 von 5 bei 6 Vots Ich müsste nochmal aktualisieren Vielleicht ist noch was mit hinzukommen 4,83 von 5 bei 6 Vots 13 Reminders Jetzt bereits für 15 V-Bucks Das Nickerchen Oder auch auf Englisch der Slumber So Ja da wird es jetzt mal Zeit Tatsächlich den Shop zu bewerten Und ehrlich war Leute Ganz ehrlich Ich muss eines sagen Auch dieser Shop wieder mega krank geil Wir haben den Jitterbug Wir haben das wahre Herz Wir haben Und wir haben das Nickerchen Wir haben die Einschlafhilfe Wir haben diesen geilen mega geilen Gleiter drin Hammer Dieser Shop ist einfach mega cool Und kriegt von mir deswegen Jetzt muss ich mal ganz kurz hier rüber Switchen Ein absolutes Love it Thumbs up man 1292 Love it 791 It's meh Und 1747 Hate it Ja wenn euch das heutige Video gefallen hat Dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da Guckt oben rechts in der Ecke Da wird dann mit Sicherheit auch noch das Gameplay Von dem Nickerchen eingeblendet sein Jo und schaltet es nächstes Mal wieder ein Wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir dann gleich Schaut rein Macht's gut bis dann Und tschüss